Wir haben jetzt das zweite Spiel gewonnen in diesem Turnier, sind erstmal glücklich über den Sieg. Wir haben die Leistung in der Defensive, fand ich, am Ende des Spiels erhöht und versuchen dann morgen weiter darauf aufzubauen und die nächsten beiden Spiele auch noch zu gewinnen. Ein enges Spiel, offensiv deutlich besser als davor, deutlich weniger Turnover, defensiv über Strecken, dann auch mit der richtigen Energie, aber ehrlicherweise muss es die nächsten beiden Spiele noch besser werden. Trotzdem verdienter Sieg und vor allem schön zu sehen, dass die Jungs am Ende die Nerven behalten haben über die letzten Minuten, das ist ja auch sehr, sehr viel wert. Wir haben noch zu sehen, dass sie nicht mehr als guter Zupassen haben. Wir wussten wir, wie wir sie an sie, was wir zu hranken. Wir wussten wir nicht, dass wir sie nicht mehr auf die Zeugung verbringen müssen. Wir haben es ein paar Warten, aber wir haben noch eine andere Worte geholfen. Und dann haben wir sie mit ihm geholfen, und dann haben wir noch einen Pinabuhru, aber dann haben wir uns geholfen, aber dann haben wir uns geholfen. und in den anderen Super-Händen, dass wir das vielleicht noch die größte Zupassen werden, aber wir haben, dass wir uns im ersten Zupassen sind, und in der zweiten Zupassen sind wir, dass wir im ersten Zupassen werden, sehr gut und sehr gut sind. Wir haben nicht nur noch Loppte, aber auch in den Zupassen, wenn sie zzweig waren, also aus der Zeit, dass ihr dann gut an sich. Es ist gut, dass wir in der Ende der Grund haben, dass sie mit der Tröne ausgediensten haben gemacht haben, dass sie eine oder zwei kleine Schüsse haben, es dann zu verfolgen. Und dann, dass wir uns in der Tröne ausgedient haben, damit wir nicht mehr gelaufen, aber wir müssen noch mal dass sie nicht mehr auf die Verteilung haben. Aber ich möchte, dass ich Chalanov für diesen Výkonen, nämlich im Obranen, aber auch im Ütokalen. Es ist viel besser, viel agressivter und viel energie. Und mit viel energie zu haben wir als Prv.